So Frau C, willkommen. Das ist voll großartig. Wissen Sie, da habe ich mal so eine richtige intellektuelle in der Sendung. Das habe ich nämlich ganz selten, weil intellektuelle hat man hier nicht so gern, weil die kosten immer so viel Zuschauer. Ist es normalerweise noch voller hier, oder wie? Na hier ist es voll, aber draußen haben jetzt gerade 300.000 weg, wenn Sie das Wort intellektuell hören, weil im deutschen Fernsehen, je blöder, umso mehr schauen zu. Prost. Ja, Frau C, eine Intellektuelle, eine Schriftstellerin, alles was Sie anfassen wird zu Gold. Fassen Sie mal an. Und sympathisch fand ich, dass ich gelesen habe, Sie ist eine der ganz großen Literatinnen hier und dass Sie als Schülerin, habe ich gelesen, hätten Sie öfters mal betrunken in der Schule rumgehangen mit den Freundinnen. Stimmt das? Freundinnen. Freundinnen. Ja. Sie waren Knülle? Ja. In welchen Fächern? Das weiß ich nicht mehr. Ach so. Ja, Sie haben sich in der Schule abgelitert, oder was? Ja, wir hatten ein Internat, was der Schule angeschlossen war. Ich war zwar extern, aber es gab theoretisch jederzeit die Möglichkeit, in den Pausen die Treppe hochzugehen und irgendwelchen Umsatz zu machen. Beim Trinken intern wieder, ne? Ja, genau. Aha. Und dann ist doch noch was Rechtes aus Ihnen wollen. Aber ja. Und was ist mit der Doktorarbeit? Ich glaube, Sie schreiben eine Doktorarbeit über Völkerrecht. Arbeiten Sie dran oder lassen Sie gerade abschreiben? Ja, der Ghostwriter ist schon fertig. Ja. Ist schon verteidigt. Das ist alles durch, ja? Was war das Thema? Das Thema? Thema, ja. Wie viel Zeit habe ich, um das zu erklären? Zwei Stunden? Na, sag mal eine Minute. Okay, alles klar. Es geht um Rechtsvorschriften, die die internationale Gemeinschaft braucht, um Demokratie in Krisengebieten zu errichten. Oh. War es gut? Ja, das war sehr gut. Aber eigentlich eher Science Fiction, ne? Ah, nein. Nein. Nein? Nein, nein, nein. Das ist was ganz Konkretes. Also jetzt, ich schweife aus und Sie unterbrechen mich. Ja, bitte. Also die UNO geht ja in irgendwelche Staaten, wo Krieg war. Nehmen wir Kosovo oder Bosnien-Herzegowina, Irak, Afghanistan. Und dann machen die da Demokratie, sagen Sie. Ja. Und was die in Weid machen, ist, die installieren so eine Art internationalen Gouverneur und der verwaltet dieses Land aus einer Hand. Also der erlässt Gesetze jeglicher Art von der Vergabe eines Kfz-Kennzeichens bis zum neuen Strafrecht. Und diese Gesetze, die gibt es eigentlich gar nicht. Das ist eine Erfindung, eine Entstehung der UNO. Und die sind vor keinem Gericht überprüfbar. Und die wurden noch nie juristisch untersucht. Also das hat durchaus, das ist nicht Science Fiction, das passiert ganz konkret und das hat gewissermaßen auch politisch Relevanz, weil man kann sich nicht wehren. Man kann sich nicht gegen die UNO. Ja, genau. Ja. Also ist da ein Legitimationsproblem? Ein massives. Und das führt unter anderem auch dazu, dass die Bevölkerung in den betroffenen Gebieten sagen, ihr wollt uns Demokratie beibringen und macht das mit solchen Methoden. Also da fehlt sozusagen auch die Konsistenz innerhalb der Gesellschaft. Ja, glauben Sie denn, dass diejenigen, die bei der UNO das wirklich das Sagen haben, überhaupt an Demokratie interessiert sind, solange ihre wirtschaftlichen Interessen nicht berührt sind? Also ich kann nicht zu viel dazu sagen. Ich kann mich mit dem Innenleben der UNO nur so ein bisschen aus. Ich war da mal Praktikant, da habe ich aber andere Sachen gelernt. Okay. Aber es ist ja eigentlich... War es auch mehr so intern wahrscheinlich, ne? Es war in New York. In New York, ah ja. Aha, New York, ja. Hat er oder hat er nicht? Nein, das war in einem anderen Gebäude. Ach so, in einem anderen Gebäude. Ja, dann sage ich Frau Dr. C. Ja, sehr gern. Frau Dr. C. Sie sind der Erste, der das zu mir sagt. Sie haben, Frau Dr. C., Sie haben beklagt, dass die Deutschen nicht so sehr auf ihre Schriftsteller hören, immer für jeden Dreck einen Experten holen. Aber die Schriftsteller hätten kein Gewicht, wenn man mal von diesem dauer-moralischen Gewissen, Gras und Walzer mal abschaut. Aber die sind ja auch gerade dabei, zu verschwinden. Werden Sie das... Hören wir zu wenig auf Leute wie Sie, auf Schriftsteller, Intellektuelle? Ich meinte es eigentlich umgekehrt. Also ich finde sogar, dass ganz gut gehört wird auf die Schriftsteller. Ich habe das Gefühl, viele Leute sind froh, wenn mal kein Experte redet, sondern einfach mal einer, der so erzählt, wie es ihm geht. Ganz normal. Aber ich finde, dass die Schriftsteller zu wenig sagen. Also nicht die ganz alten Herren und nur Herren, sondern auch nur die Jünger. Also Sie selber sind zu unpolitisch. Die Literatur ist zu unpolitisch. Na, die sind gar nicht unpolitisch, soweit ich das aus dem Kollegenkreis so mitbekomme. Aber viele scheuen sich ein bisschen... Also Politik findet da mehr so am Küchentisch statt. Also Politik als Privatsache gewissermaßen. Also denen ist es unangenehm, sich da... Da sehen Sie zu vornehm, sich über Politik zu... Das klingt jetzt natürlich ganz gemein. Ich weiß nicht genau, was der Grund dafür ist. Also es stimmt schon, politisch... Also politisch sein wurde ja irgendwie so... Ich weiß nicht, wann es losging in den 90ern. Da wurde das einfach uncool. Also da waren schon die Typen, die bei der Schülerzeitung oder bei dieser der Schülerverwaltung gearbeitet haben. Das waren ja immer die, die nicht gut aussahen und auch die falschen Jacken anhaben. Und so ging das los. Und dann will man da auch nicht mehr mitmachen. Ja, verstehe. Jetzt sind Sie, kennen Sie sich im Völkerrecht aus. Haben Sie sich gefreut, wie der Bin Laden da zu den Fischen ging? Ich habe mich nicht gefreut. Aber Sie wollen ja eine andere Frage stellen. Auf die warte ich jetzt. Welche? Darf man sich freuen? Ja, ich dachte, das kommt irgendwie so. Wie sehen Sie denn als Völkerrechtlerin die Ermordung von diesem... Nein, das weiß ich doch, was Sie da denken. Sie sagen, es ist völkerrechtlich nicht in Ordnung, aber traurig muss man auch nicht sein. Ja, man wissen ja, das stimmt. Genau das, was ich gesagt hätte. Ja, aber ich bin nicht intellektuell, aber ja nicht blöd, deswegen. Also... Ich möchte ein Buch von Juli C. und Ilja Trojanow empfehlen. Angriff auf die Freiheit. Da geht es um den sogenannten Kampf gegen den Terrorismus. Ja, bitte unbedingt lesen, weil da öffnen Sie beiden uns doch mal ganz ordentlich die Augen. Ich habe vieles allerdings auch schon gewusst, aber dass dieser ganze Terrorkampf, dass es in Wirklichkeit um was anderes geht. Meinen Sie, es geht wirklich darum, einen Überwachungsstaat, europäische Überwachungsstaaten zu gründen? Wenn man das so formuliert, dann klingt das immer so als erstes dahinter irgendwie, so wie bei James Bond, so der böse, dunkle Antagonist, der irgendwie die Weltherrschaft mit Mitteln der Überwachung sich aneignen will. So ist es natürlich nicht. Also ich glaube nicht, dass da jemand das plant, aber ich glaube, es entsteht. Durch viele kleine Bewegungen, wo sich jeder, der das vorantreibt, immer irgendwas denkt, mal vielleicht auch sogar was Gutes, aber in der Summe entsteht meiner Meinung nach ein System, von dem wir vielleicht in 10 oder 20 Jahren sagen werden, das haben wir eigentlich so nicht gewollt oder jetzt wollen wir es nicht mehr. Und dann wird es ganz schwierig sein, das wieder rückgängig zu machen. Warum glauben Sie, dass sich niemand wehrt? Sie rufen ja sehr oft auch zum Widerstand auf. Sie fliegt zum Beispiel nicht in die USA, weil Sie keinen Bock haben, Ihre Fingerabdrücke abzugeben. Ja, jetzt nicht mehr, genau. Ich übrigens auch nicht. Ich wüsste aber auch nicht, was ich dort sollt. Aber wenn ich, wenn ich hin müsste, ja. Dann würden Sie trotzdem nicht fahren. Nein, es würde mich vieles interessieren mal drüben, aber ich sage, ich warte mal ab, es gibt noch tausend andere Ecken, die ich nicht kenne und da fahre ich erstmal dahin, wo ich nicht so schikaniert werde und nicht gleich automatisch wie ein Krimineller behandelt werde, schon bei der einen Reise. Ja, das finde ich gut. Also ich finde, man muss da auch konsequent sein. Wenn man sagt, das gefällt einem nicht, man lehnt das ab, aus politischen Gründen oder wie auch immer, dann muss man auch sagen, dann fahre ich halt nicht. Sie sind auch gegen die Volkszählung Zensus. Sind Sie befragt worden? Noch nicht. Noch nicht, aber Sie würden es nicht machen? Also ich glaube, ich mache es schon nicht, weil ich habe da so Papierkram in den Müll geworfen. Aha. Ach, man hat Sie gefragt schon, Sie sollten was ausfüllen. Ich habe es nicht aufgemacht. Ach so. Also wahrscheinlich. Sie sind auch so der Verdränger-Typ, ne? Das kostet 5000 Euro, glaube ich. Direkt am Anfang schon? Ja, am Schluss. Und am Ende muss man dann trotzdem antworten. Das schauen wir mal. Aber Sie weigern sich. Wie sollen wir Widerstand leisten gegen die Überwachungstendenzen? Also das, finde ich, fängt schon an, wenn man in den Supermarkt geht, zum Beispiel. Also Widerstand klingt ja immer so, als müsste man sich ein Transparent malen und einen Pflasterstein in die Hand nehmen und irgendwie in Berlin-Randale machen. Aber in Wahrheit ist Widerstand, vielleicht auch ein zu großes Wort, es geht um so eine Geisteshaltung. Also wenn man im Supermarkt für, was weiß ich, seine Adresse, sein Geburtsdatum, seine Postleitzahl bereit ist, also das wegzugeben, um dafür irgendwie eine Plastikschüssel zu bekommen, Payback. Wer hat Payback-Karte? Mal Flossen hoch, bitte. Wegschmeißen! Noch heute. Ihr werdet verarscht, ich schwörs euch. Wegschmeißen mit dem Dreck. Es waren aber nur drei. Die anderen haben, was ist eigentlich das? Ja, ich, Sie rauchen doch, oder? Das ist doch ein Aschenbecher, oder? Ja, natürlich, weil ich, Sie rauchen und ich bin, wollen Sie Zigarette, darf ich Ihnen Zigarette anbieten, Augenblick, mal bitte. Ist die mit Erdgehrgeschmack? Das ist ja super. Ja, warten Sie, ich habe auch Feuer. Ich habe auch Feuer. Ja, weil, das Rauchen, oh, das Rauchen ist ja auch so ein Thema, Sie sagen, man muss schon rauchen aus politischen Gründen, also Sie machen das als Protest auch, als Widerstand. Ja, ich bin eigentlich nicht Raucherin. Achso. Nein, natürlich nicht, das ist ein bisschen überspitzt. Ich glaube, ich habe mal gesagt, wenn ich aufhören wollte, was ich akut nicht plane, dann könnte ich es momentan nicht, weil ich dann das Gefühl hätte, dass ich nachgebe. Das ist so der natürliche Trotz. In Ihrem Roman Corpus Delicti beschreiben Sie ja eine Gesundheitsdiktatur und Krankheit wird immer mit Schuld verbunden inzwischen. Erzählen Sie mal was dazu. Lassen Sie sich mal nicht so immer alles aus der Nase ziehen. Sie reden doch woanders auch von alleine. Ich höre Ihnen auch so gern zu. Gut, also ich lege jetzt mal los. Lege mal los. Nicht zu lang, aber halt richtig. Also das ist genau der absolut zentrale Punkt von dem ganzen Buch. Was mich wahnsinnig stört, ist, dass wir seit einigen Jahren dazu neigen, tatsächlich zu glauben, wenn jemand krank ist oder in irgendeiner Weise unpässlich, dann muss dahinter ein Versagen stehen. Er hat irgendwas falsch gemacht. Das heißt, wir betrachten das menschliche Leben als so eine Art Zirkeltraining aus verschiedenen Stationen. Da muss man immer alles richtig machen, von Schritt zu Schritt. Und wenn man das geschafft hat, dann kommt man ins Ziel. Also eigentlich heißt dieses Ziel ja tot, nach allem, was wir wissen. Aber diese Theorie suggeriert irgendwie, dass da am Ende, ich weiß nicht, die Glückseligkeit steht oder die Perfektion. Manchmal ist man schneller am Ziel. Ja, manchmal ist man arg schnell am Ziel. Vielleicht auch aus Gründen, die man gar nicht vorhersehen konnte. Na und was mich halt wirklich umtreibt, ist dann so, also in der Politik äußert sich in das so Projekten wie jemand, der jetzt zum Beispiel raucht, aber es sind ja auch andere Sachen. Jemand lässt sich tätowieren, jemand macht Extremsport und so weiter, verletzt sich dabei, soll dann von der Krankenkasse das nicht mehr erstattet bekommen, weil man quasi sagt, er hätte ja einfach anständig sein können und wäre nicht krank geworden. So, und das heißt also, wenn wir dann streng und konsequent denken, dürften wir eigentlich nicht mehr duschen, weil das ist statistisch eines der allerhöchsten Unfallrisiken, die es gibt. Hätten wir lassen können, würden wir nicht ausrutschen, wir dürften nicht mehr Auto fahren, wir dürften eigentlich das Haus gar nicht mehr verlassen, wir dürften auch diese Bohle nicht trinken. Also eigentlich müssen wir, na, 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 was jetzt, aber wenn da kein Zucker drin ist, dann weiß ich auch nicht, also. Sie trinken auch gern Alkohol, gell? Oder? Ja. Ich kann ja den Gin reintun. Ich glaube, wir, dann wird es besser jetzt. Ich glaube, wir fliegen gerade raus aus unseren jeweiligen Krankengeistern in dem Moment. So. Verkostet. Und? Boah, jetzt ist geil. Jetzt ist es geil. Dann tagen wir mal die Lübe. Jetzt kriegt es überhaupt erst einmal einen Dreif hier. So, komm, weg mit dem Dreck. Also, Sie rauchen aus, wirklich aus Protest, aus politischen Grund. Nein, nein, ich rauche, weil mir das Spaß macht. Aber ich kann jetzt sozusagen aus politischen Gründen nicht, ach, das war einfach ein blöder Spruch, den habe ich irgendeinem Journalisten hingequatscht, der mich was Doofes gefragt hat. Aber Sie sind doch Intellektuelle, da macht man doch, jedes Wort wecht man doch, oder nicht? Sie sind ja sonst wie ich. Ja, bloß ohne diesen Hut irgendwie. Sind Sie froh? Sind Sie froh, ich komme da nicht mehr fort von. Sie sind ja, kennen Sie ja auch mit Europäischer Union, auch Ihr Rechtsgebiet, gell? Ja, versuchen wir es mal. Ist die Europäische Union. Sie lässt die Flüchtlinge ersaufen und weigert sich, Berlusconi aus dem Amt zu bomben. Und schaut zu, wie der Ungar die Demokratie vernichtet und abschafft. Ist die Europäische Union wirklich eine Wertegemeinschaft oder doch eher so ein Glühbirnen-Verteilungskomitee? Hm, also an der Stelle, wo sie die Glühbirnen verbietet, da wird sie ja quasi zur Wertegemeinschaft. Wieso? Ja, weil das Nichtverwenden von solchen Glühbirnen fußt ja darauf, dass man irgendwie glaubt, einer Art fiktiven Umwelt an der Stelle was zu nutzen, wo man, wenn man sich die Untersuchungen dazu anguckt, feststellt, das stimmt halt in Wahrheit nicht. Also das ist sozusagen Ideenpolitik. Ja, also da steckt jetzt nicht so viel sachliche Überzeugung dahinter, sondern damit macht man sozusagen Medienwirksampolitik. Und das ist eigentlich der Bereich, wo mir die Europäische Union am wenigsten gefällt. Also ich mochte die da am liebsten oder mag sie auch da noch am liebsten, wo sie das tut, wofür sie eigentlich gedacht war. Nämlich uns in Europa zu ermöglichen, möglichst frei miteinander zu leben und zu arbeiten. Das war das Ziel und das hat auch eigentlich recht gut funktioniert. Fand ich. Aber das Problem an der Menschheit ist, dass wir immer nicht aufhören können. Also wir fangen irgendwas an in eine bestimmte Richtung, das ist auch gut gemeint und das funktioniert. Aber wir können nicht sagen, jetzt haben wir es erreicht, jetzt passt es, jetzt lassen wir es einfach mal so. Sondern es muss immer weitergehen. Es wird weiter gefummelt dauern. Es muss Wertegemeinschaft werden, es muss noch enger, noch weiter, noch tiefer, noch größer, noch schneller. Und ja, also bei der EU mache ich mir manchmal Sorgen, ob die nicht irgendwann den Bogen überspannt. Also ob da nicht weniger, vielleicht mal mehr wäre, so inzwischen. Eine Pause einlegen, ne? Und sie hat ja schon ein Legitimationsproblem auch. Ja, von Anfang an. Aber der europäische Gedanke wäre wahrscheinlich auf demokratische Weise gar nicht durchsetzbar. Ja, das müsste man mal ausprobieren. Ich fürchte allerdings auch, dass das so wäre. Also ich glaube, wenn man wirklich in der ganzen Europäischen Union abstimmen würde, ob wir die EU noch wollen, dann gäbe es die wahrscheinlich am nächsten Tag nicht mehr. Ja, was auch wieder schad wird. Aber jetzt klatschen Sie nicht, weil Sie die EU nicht wollen. Frau C., jetzt kippe aus, bitte, weil das Gespräch ist beendet. Leider, leider. Es ist echt bald. Ja, es ist leider. Ich habe noch ein wenig was vor. Ich würde Sie gerne mal wieder einladen. Ja? Ja, und dann reden wir noch länger. Ja, wunderbar. Das fände ich sehr schön. In Ihrem Roman sind viele Figuren Atheisten. Sind Sie auch Atheistin? Ja. Ja, Sie glauben nicht an Gott oder sowas, sondern einfach Ziel erreicht, Ende, Deckel zu. Genau. Ja. Sehr schön. Auch interessant jetzt nach der Frau Kraft, die extra die Kirche wechselt, sich die Mühe macht. Und Sie sagen nicht. Ja, Frau C., was ist das nächste Buch? Also, ich schreibe zurzeit eher so für mich. Ah ja. Ah ja, vielleicht kann man ja mal was lesen. Ja. Juli C., vielen Dank, dass Sie da waren. Dankeschön. Danke. Bitte. Ja, bitte. So, meine Damen und Herren. Und jetzt.